Wir sind jetzt im Hotel Historik-Suisse. Wir sind jetzt im Hotel Historik-Suisse, am besten auf der Welt. Wir sind im weitesten, gelegensten Schweizer historischen Hotel. Ich bin Hotel Historik-Azur, in der Region des Dreißkumpins, Schweizer, Austria, Italien. Die Natur ist intakt. Nur einzelne Ovidäen haben wir 38 verschiedene. Dann gibt es in Europa ein paar Blumen, gerade im Arena, wo man nur hier. Die Leute, die wir haben, sind alle zufrieden. Weil, wenn sie so vom Knall auf bis hier, die haben so viel gesehen, denen geht's gut. Ja, denen geht's gut. Und die meisten kommen immer wieder. Ja. The amazing thing about Hof zu Ort, is that you can really feel, that they are doing an incredible effort to keep the culture alive and to explain to their guests the cultural heritage of the place, of the region, of the hotel, of course, but also of the last hundred years of history, how the buildings were built and the people who lived there. they didn't have to look out, so that's really nice. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Vielen Dank.